Wie immer geht mit Aaron in die Welt von U, alias Uwu, auf der Suche nach dem Reiseleiter. Welche weiteren Beschwerden werden wir finden? Willst du sie finden? Das erfahren wir jetzt. Mit dabei, der Wolf und... Ja, grüßt euch. Hoho. Moin, moin. So. Sind auch schon im Spiel. Dementsprechend. Danke für den Host. Ähm... Ah, okay, 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 gut. Okay. Okay, okay. Ja, haben wir das Buch. Aufgemacht. Ihr seid noch reingegangen. Ach, wir haben das Buch. Das Buch muss in der Bibel. Wir sind schon reingegangen ins Buch, genau. Jetzt mittlerweile haben wir ja den Bauhelm. Und wir sind sicher. So. Ah, halt. Bitte noch jemand. L in den Discord schreiben. At everyone. Wer mitgucken möchte in den Mystery. Ich darf nicht rauszappen. Ja, stimmt. Weil, äh, uns fehlt ja Jamie. Gute alte Jamie fehlt hier. In der Runde. So, was haben wir denn hier? Ich weiß gar nicht mehr in welchem... Was ist das da? Ja, hier war mal. Doch, das hier. So, gepostet. Sehr gut. Guter Mann. Aber wir möchten doch wissen, wie es mit Ubuntu weitergeht. Wer ist dieser Ubuntu? Das war das ähnliches wie Uro, bloß Funktionstüchtiger. Achso, ja. Hallo. Willkommen. Und Sie sind noch gemütet. So, wir gehen hier durch. Perfekt. Ich muss das hier ausdenken. Bitte holen Sie sich Ihre KI. Ja, nur eine KI. Komm, Sie haben jetzt Zeichen. Kann ich mal jemanden fotografieren? Aber hier den Spyderback. Moment, Moment, Moment. Gimp und... Stipping Tool? Jo. Das eine ist fotografiert. So, dann das andere ist das hier. Ja, Moment. Gimp will gerade nicht starten. Wir haben doch keine Zeit. Du willst nicht, dass Karen wegen dir einen Vermerk macht? Angestellten nicht aufbereitet. Der Fotoapparat verarbeitet zu langsam. So, jetzt kannst du. Warte mal, ja. Gehen wir mal in den nächsten Raum. Okay. Alter, in was für einem Drexhotel ist Karen? Ist ja alles mit Bausteinen. Doch. So, lass mich hier durch. Gleibu, du lebst noch. Unglaublich. Oh, warte mal. Guten Abend, Gleibu. Du bist die Gleibu. Zeig mal, mein, mein, mein. Wieder nicht. Zeig mir schwarzen Bildschirm. Obwohl ich, obwohl ich wieder online bin. Das will mir nicht zeigen, wo ich bin. Aber das Ende. What? Hier wird mir ja rein, sie kühntelein. So. Vielleicht noch immer noch offline. Na gut. Ähm. Kann ich hier in die Türen rein? Schauen wir mal weiter. Was haben wir hier noch? Bitte, ich öffne. Noch nicht. Lauf mal den Korridor entlang. Und Leibu, warum solltest du nicht mehr leben? Ah, jetzt geht er live. Endlich. Vermutte ich, weil wir Leibu in ein paar Streams nicht gesehen haben. Ja, das ist richtig. Er war schon lange nicht mehr da. Stimmt. Ja. Die Wochen gehen so schnell vorbei. Leibu. Wahrscheinlich zu sehr in Arbeit versunken. So viel im... Vielleicht hat er Urlaub gehabt. Vielleicht ist er in Urlaub gegangen. Hahaha. Äh. Habe ich gerade eben Sachen durch die Gegend schon? Ja. I take you with me. Ne. Brauchst du sicher, will ich wieder wie letztes Mal. Wer weiß. Drei Wochen am Badewanenmeer Urlaub gehabt. Wahrscheinlich. Hat Sand, hat Sand, Sand vor die Badewanne geschmissen. Hat sich dann wie am Strand gefühlt. Arbeit. Arbeiten ist wie Urlaub. Ja, das stimmt. Kommt drauf an. Kommt drauf an, was für eine Arbeit man hat. Ich würde... Ich würde jetzt nicht sagen, dass meine Arbeit hier Urlaub ist. Irgendwelche Zacken. Kannst du das auch durch die Gegend schieben? Und nicht. Ja, gar nicht. Kann alles durch die Gegend schieben. Kann nichts aufhören. Ist ja auch überhaupt nicht laut. Oh ja. Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Man kommt raus und zieht andere vier Wände. Das ist richtig. Ja. Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Kann ich diese Tasten hier drücken. Und das wird das wahrscheinlich sind jetzt einfach nur wie der Lampen. Da hat das ein Geräusch gemacht. Ja. Hätte mir auch gerade wieder gedacht. Okay. Eine Lampe, die Schiebe. Du kannst es durch die Gegend schieben. Was man hier nicht alles schieben kann. Wer seine Lampe schiebt, liebt, der schiebt. Oh ja, Gott. Schiebung. Hat wirklich lustig. Ich kann halt wirklich dadurch nicht irgendwo anders hinschieben. Sieht nur so aus. Ja, aber ich komme hier nicht raus aus dem Raum. Aber ich kann es dahinter schieben. Ich kann ja mit Licht machen, Guck. Ah, okay. Ja, ich seh's. Ja, stimmt. Licht ist vielleicht auch zu viel. Hat ganz besser gesehen. Ja, egal. Mein Bildschirm ist einfach schlecht eingestellt. Gott, wir gehen hier weiter. Wir haben hier ein... Der Continuum-Transfunktionator. Herzlich Willkommen. Sie haben Ihre KI. Weiß nicht. Irgendwas blinkt da unten. Weiß aber nicht, was das ist. Jetzt ist es weg. Kannst du nicht draufdrücken? Wollte draufdrücken und dann war's weg. Jetzt bringt's nicht mehr. Kaputt. Ne, da ist es. So, was ist das? Ist das jetzt meine KI oder was? Kann ich da mitmachen? Kann sie durch die Gegend gehen. Okay. Die scannt jetzt für dich. Jetzt bist du gechippt, Will. Ich weiß jetzt, wo du bist. Ja, genau. Ach wie? Mit der kann ich jetzt den Sound ausmachen. Cool. Ja, und jetzt? Oh. Zoom. Bisschen. Ich hab das Gefühl, das Ding kann dir irgendwie beim Rätsellösen helfen. Ich glaub, das macht Fotos für mich jetzt mittlerweile. So. Jetzt wieder aufmachen. Ich denke, man nehme ich das Bild. So, jetzt dreh ich mich einfach mal weg. Nein. Mach ich das wieder auf? Ne. Äh. Ah, doch. Ja, ich kann Fotos machen. Oh, cool. Aber kann ich hier auch wieder löschen? Ja. Löschen. Löschen. Das ist cool. Löschen. Löschen. Ich könnte meinen, du hättest vielleicht als erstes in diese Welt gehen sollen. Wahrscheinlich. Wow. Wie krass. Damit wäre das komplette Spiel einfacher gewesen. Jedenfalls ist die eine Welt da. Mit diesen schönen Rätseln. Ja, ihr habt Fotografierwelt. Ja. Okay. Ich spring da jetzt mal rüber. Dann muss ich wieder auf die Karen Sicht. Oh nein. So rum. So, kann man springen. So. Hier drüben. Komm mit dem Baustellenland. So. Sind wir hier. Das ist jetzt Dump Raider für Armour. Ich sehe aber noch kein Rätsel oder sonst irgendwas. Ich komme hier aber auch nicht durch. Nachdem die rechte Intelligenz versagt hat, haben wir jetzt eine künstliche. Vielleicht funktioniert die besser. Hallo. Damit tust du dich aber mit einschließen. Kollege. Das ist Absicht. Okay. Ich schiebe alles auf Visa. Er ist mein Joker. Wenn der Joker nicht funktioniert, wenn der Joker nicht funktioniert, kann ich auch nicht dafür. Wenn der Joker nicht funktioniert, brauchen wir einen Batman. Das ist eine Hand. Das ist eine Hand. Ich habe einen gefunden. Juhu. Oh cool. Nice. Das stimmt. Wir haben ja Hände gesucht. Ja. Der letzten Woche alles vergessen. Na Gott. Aber das machen wir jetzt schon, Moment. Drei Wochen. Vier Wochen. Vier Wochen machen wir das schon. Ah, viel zu lange. Ja, und springen. Sehr gut. Was ist eigentlich da unten? Tod. In Abgrund. Verdaben. Dann gehen wir auch nicht in Abgrund. Komm mal runter. Seid ihr euch sicher, dass da nicht was ist? Kann der drunter springen? Ah, ich lebe noch. Dann settle. Oh, da liegt was. Nein. Ah. Äh, mach am besten ein Foto. Hallo? War das jetzt nochmal da mit? Ne. Ne, warte mal. Irgendwie. Das war deinem Album. Ah, ist ja okay. Nein, hör jetzt auf. Auf, wo das zu machen. Hör schon. Lass das wieder zu. So. Das hier. Leibung fragt, was gibt es bei uns Neues? Äh, hard fun. Wir sollten sagen, ob ich es bohren. Was? Aua? Was ist das Problem? Ja, rufen wir morgen beim Zahnarzt. Also ich kann nicht ran zoomen und es fotografieren. Ah, okay. War nicht so tragisch. So, jetzt ist nur die Frage, wie komme ich da wieder hoch? Äh. Seh ich nix. Bei mir gibt es sehr viele Großschwerter, aber ja. Das Großschwerter. Großschwerter, ja. Ja, Bizarro spielt schon Monster Hunter. Ah, okay. Ja, bei mir gibt es, äh, nicht so viel Neues, außer dass ich jetzt erstmal Urlaub hab. Weil das Problem ist, bin ich jetzt hier unten. Komm nicht weg. Äh, du kannst dich zurück teleportieren. Das kann doch nicht sein, dass ich hier runterspringen und dann mich zurück teleportieren muss. Meine Reihe. Warum nicht? Sonst, wenn du runtergesprungen bist, wurdest du auch immer zurück teleportiert. Nur weniger freiwillig. Wolf, Prüfung? Nein, Prüfung vorbei. Vielleicht meint er eher, wie sie gelaufen ist. Hier sind die Zähne dran. Hat gefragt, wie wahrscheinlich, wie sie gelaufen ist. Äh, noch kein Ergebnis. Nein! Oder doch. Die Hand zu der Hand geht. Ich hab jetzt gerade eben befürchtet, dass die unten im Keller ist. Also unten, da, wo ich mich gerade wegteleportiert hab. Nee, da war sie nicht. Siehst du dir an, Elbnotz. Äh, weiter? Da auch. Ey. Aber... Da kann ich hier noch weitergehen. Irgendwo durch ne Tür. Ja, hier. Ja, genau. Aber da war ich doch schon. Weil hier nix. Hier geht's links nicht. Na so wenig wie es rechts geht. Warte mal. Oh, hier hört's auf. Gibt keine Abzweige. Ah, okay. Also einen langen Weg. Der darf. Hab ich auch schon geguckt. Aber da ist nix. Oh, doch. Oh, ich kann mich da durchmogeln. Okay. Es ist diese, diese doppelte Wand-Technik. I hate it. Okay. Jetzt bin ich, äh, an der Seite. Aber da war ich gar nicht hoch. Ah. Aaron, aufwärts. Aaron. Nee, so nicht. Aaron. Auf. Okay, vielleicht muss ich's in der Karen-Ansicht machen. Okay, ich seh, ich seh etwas, was ich nicht seh. Ah. Ich muss wieder in der anderen Ansicht machen. Irgendwie kann ich da hoch. Ist das hier ne Leiter? Ah, es ist ne Leiter. Es ist ne Leiter. Die Säcke, es ist ne Leiter. Und da ist ne Hand. Die Schweine, es ist ne Leiter. Das hätte doch keiner gewusst. Da drüben auch sowas. Die sind halt gemein. Ich geh auf die andere Seite, weil ich bloß muss da rüber. Okay. Aaron, Ronner, Miljahr. Bring deinen dicken Henner, Ronner. Ronner, 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 Ronner. War wieder los. Das war die Zeit, bevor Karen noch unverheiratet war mit. Wie hieß da überhaupt das Bottle? Ja. Wie hieß wer? Wer? Na, der. Jonathan Franks oder so. Der aus X-Faktor. Der Chef von Aperture Science. Ach, Cave Johnson. Genau. Nein. Nein. Und du bist wieder da, wo du herkommst. Ach, bloß. Hätte ich gar nicht gemerkt. Noch einen schönen Abend hier auch. Oh, schon wieder weg? Ja, mach's gut. Dann aber viel Spaß euch. Viel Spaß euch. Viel Spaß dir. Ja, euch trifft's auch. Der wird ja wahrscheinlich bei seiner Freundin sein. Nämlich machen. Ja. Gebt mir nur nicht, nur nicht eine bessere Sicht. Also es könnte euch ja wehtun. Samt. Ja. Okay, dann muss ich wieder an die Sicht. Was seh ich hier? Wenn ich hier hoch springe. Was soll ich denn jetzt hin? Guck, guck. Immerhin passt du mit deinem Hut hier perfekt in die Welt rein. Nein. Oh, Glück ab. Nicht runtergefahren. Sehr gut. Ja, wahrscheinlich hätte ich in der einen Welt, in der ich gerade eben war und den Hut geholt habe, hätte ich erst hierher gehen sollen. Okay, da komm ich nicht weiter. Dieser Ort ist bisschen eine Baustelle. Ja. Deswegen ist ja Bauarbeiter Karen da. Ist das unser Startraum? Das ist unser Startraum. Oh, da dreht sich was. Was ist jetzt da runter? Ha. Hehehe. Weil ich's kann. Keine Sicherheit auf dem Bau mit Karen. Ja. Genau. Oh, wir laufen erstmal hier weiter. Erstmal nochmal weiter. Okay. Wir laufen hier nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Wir müssen an dieses Drehding. Oh, da war ne Hand. War da nicht ne Hand? Hab ich da ne Hand gesehen? Ne. So. Irgendwann kommt bestimmte Lücke. Da muss ich dann rein. Quetsch dich durch. Und wenn's nicht klappt... Nein, da war sie. ...frag nach dem Manager. Oh, Herrgott. Ich hab sie gesehen, die Lücke. Na Gott, das dauert ja voll lang, bis das wieder kommt. Ja. Wo kommt's? Ja. Wo kommt's? Ja. Hier ist die Lücke gewesen. Jetzt müsst ihr gleich kommen. Also. Ah. Wo fahren wir jetzt hin? Was sehe ich denn jetzt hier? Hier gar nichts. Da sehe ich mal keine Ahnung. Dann muss ich jetzt gleich aussteigen.